Hier haben wir einen Stromgenerator, mit dem wir 220 Volt erzeugen können, eine echte Sinusspannung. Außerdem haben wir Gleichspannung, also zum Laden von Laptops mit 65 Watt Leistung, also perfekt zum Beispiel für Macbook. Quick Charge 3.0 mit ca. 20 Watt und normalen USB Anschluss, der bis 3 Ampere leistet. Oben ist sogar eine Möglichkeit Wireless ein Handy aufzuladen, der das unterstützt. Das ganze Teil wiegt über 10 Kilo. Innen ist ein Lithium Ionen Akku mit einer Speicherkapazität von 1000 Watt Stunden. Das ist ordentlich. Und ich kann hier den Stromgenerator bis 1000 Watt belasten, mit einer Kurzbelastung bis 2000 Watt. Hier haben wir noch Anschluss an externes Ladegerät. Also den kann man auch mit Schnellladegerät laden, mit 5 Ampere, 25 Volt. Das mitgelieferte Ladegerät hat leider nur 3 Ampere Ladeleistung. Jetzt versuchen wir den einzumachen. Und es passiert leider nichts. Irgendwie gar nichts. So als ob der nicht geladen wäre. Das ist ein Standard DC Stöcker und hier wird es angeschlossen. Er sagt mir, dass er jetzt voll geladen ist. Was ich jetzt aber nicht glaube. Weil er lädt mit gar nichts den Akku, so als ob der richtig voll wäre. Ziehe ich den ab und versuche den einzuschalten. Dann geht er kurz an und sofort wieder aus. Das heißt irgendwas stimmt hier mit dem Akku nicht. Das heißt er hat kurz die richtige Spannung und danach bricht die Spannung komplett zusammen. Ich schalte es an. Man sieht es wird immer dunkler. Das heißt jetzt geht er gar nicht mehr an. Man sah, dass das LCD immer dunkler wurde. Das heißt die Spannung wird dann immer niedriger, wenn ich versuche es einzuschalten. Versuche ich jetzt nochmal rein. Dann sagt er mir wieder, ja ich bin voll. Kann ich den einschalten. Normalerweise kann ich den jetzt auch einschalten. Aber was macht er? Er geht gleich aus. Das ist irgendwas stimmt nicht. Jetzt nochmal an. Ja jetzt wieder. Ja geht er sofort aus. Also muss man das ganze aufmachen. Hier sind eins, zwei, drei und dahinter auch wieder eins, zwei, drei Schrauben. Noch zwei Schrauben befinden sich jeweils links und rechts unter dem Griffen. Den Griff zieht man einfach hier so raus von einer Seite und dann kann man den hier komplett so raus ziehen. Und hier befinden sich noch die Schrauben die man lösen muss. Das Kabel wird hier getrennt. Dann kann man die komplette Haube hier weglegen. Das obere ist die 220 Volt Einheit. Und hier sieht man den Anschluss von dem Akku. Da drin befindet sich ein 6S Akku. Das heißt hier sollten mindestens 20 Volt anliegen an der Stelle. Das messe ich jetzt gleich durch. Zuerst mit dem externen Netzteil. Jetzt liegt hier das Netzteil an. Er lädt nicht. Aber ich vermute, dass der jetzt momentan den Akku unter voller Spannung hält. Ja und da haben wir geheimnisvolle 1,27 Volt. Ja, das ist gar nichts. Das ist, ich würde sagen ein toter Akku da drin. Ein toter Lithium Akku. So, jetzt ziehe ich den Stecker raus. Messe das nochmal. Jetzt sehen wir, dass die Spannung ein bisschen steigt. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass die Elektronik komplett aus ist. Schauen wir noch genau hin. Also ich messe genau hier diese zwei Punkte. Jetzt machen wir noch einen kleinen Test. Wir lassen die Spannung messen. Und stecken wir jetzt kurz das Ladegerät rein. Also müsste ich eigentlich kurz die Ladespannung bekommen. Mal schauen. Stecken wir mal rein. Ah, der Akku wird sofort auf 25 Volt hochgeladen und dann fällt die Spannung auf einmal runter. Und das liegt daran, weil die Elektronik läuft und die verbraucht jetzt die Spannung. Aber das Netzteil lädt jetzt gar nicht. Also ich behaupte der Akku ist hier 100% tot. Da ist nichts zu machen. Der Akku stand wahrscheinlich viel zu lange ungeladen und ist so einfach kaputt gegangen. Aus Neugier machen wir noch das ganze auf und gucken was sich da für ein Akku befindet. Wir haben hier einen recht kleinen Akku. Das ist ein 6S Akku. Lithium Ionen. Ist schon was beim Transport kaputt gegangen. Und hier auch. Wahrscheinlich hier, weil er hier so lose ist, wahrscheinlich hat er irgendwo beim Transportieren irgendwo angeschlagen. Nur ich vermute, dass der Akku schon vielleicht ein bisschen älter ist und der Stromgenerator zu lange gelagert wurde, ohne es aufzuladen. Hier sehe ich noch ein kaputtes Kabel von dem 12V Anschluss. Der ist hier abgebrochen. Nicht so tolle Qualität würde ich sagen. Auch wenn mir das Gehäuse gefällt. Das ist schönes Guss Aluminium. Interessanter war natürlich, es gibt eigentlich diesen Stromgenerator mit zwei Akkus und dann hat man nämlich 2000 Watt Stunden. Also zwei solche Akkus nehmen aneinander, passen hier noch rein. Platz ist ja genug. Das ist eigentlich schade, dass hier so viel Platz ist und das nicht genutzt wird. Also kommt das Gerät an Banggood zurück. Eigentlich ist es vom Preis günstig für 490 Dollar für diesen Energiespeicher. Hier sind noch die ganzen Daten. Also ich werde den ja erstmal umtauschen. Ich habe jetzt den Akku komplett abgeklemmt. Also der hängt nur noch an den 220 Volt Generator. Die Verbindung zu der Steuereinheit ist komplett ab. Und ich nehme jetzt zum Testen auch einen 6S Akku. Der hat, weiß ich habe insgesamt 23 Volt. Was normalerweise für Lagerung genau der richtige Wert ist. So jetzt schließe ich den hier an die Einheit. Die Spannung bleibt stabil. Das sieht doch schon gut aus. Und ich mache jetzt das ganze an. Ja und jetzt klappt es. Dass das jetzt mit einem funktionierenden Akku, der halb geladen ist, funktioniert alles. Ich versuche mal jetzt den Akku hier exzent zu laden. Der wird aber nicht balanciert geladen. Also direkt quasi. Und was macht er? Ja er lädt mit 140 Watt. Das funktioniert auch. Das ist die Elektronik funktioniert hier. Also nur dieser blaue Akku ist hinüber. Ich mache jetzt hier das aus. Verwende ich jetzt hier den USB-C Stecker zum Laden. Und schaue ich mal ja und er gibt jetzt die Spannung ab. Das funktioniert hier alles. Was nicht funktioniert ist, der blaue Akku. Noch eine Kleinigkeit. Jetzt wundert sich jemand warum diese großen Akkus nur so einen Spannungsstecker haben. Wird er jetzt nicht balanciert geladen. Man kennt das ja vom Modellbau, dass hier der Balance angeschlossen wird. Und hier der große dicke Stecker, wo die Stromstecker durch fließt beim Laden. Hier habe ich aber nur ein Kabel. Das funktioniert so, dass hier auf dem Akku noch ein Batterie Management System ist. Das ist Elektronik, die quasi das ausbalancieren der Akkus durchführt. Ich schließe hier 24 Volt. Lade mit 24 Volt. Und der Batterie Management System, der sorgt dafür, dass die Zellen dann jeweils zu Ende vollgeladen werden und nicht überladen werden. Genau hier sieht man, dass hier so Metallplatten sind. Hier ist die Platine. Und das ist das Batterie Management System. Hier sieht man auch die Balance Stecker, die jeweils zu den parallel geschaltenen Zellen gehen. Also 6S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kabel. Passt. Gibt es Alternativen zu den 101000W? Ja klar. Also ich habe hier so ein Oikitel. Der hat zwar nur halbe Kapazität, also 500 Wh und das 220 Volt Generator läuft nur bis 500 Watt. Aber das Teil funktioniert einwandfrei. Das heißt, ich mache es an, kann hier auch bis 100 Watt ein Laptop über USB-C aufladen. Ich habe auch wieder Quick Charge und 4 Standard USB Schnellstern. Hier auch Zigarettenanzünder, der mit 12 Volt bis 10 Ampere belastet werden darf. Und ich habe dann diese 220 Volt Spannung, die auch einen reinen Sinus generiert. Also damit kann man am Fernseher 8 Stunden betreiben. So ungefähr 8 Stunden reicht der Akku aus. Aufladen tue ich den Akku immer mit einem Solarpanel. Den habe ich auf dem Balkon zur Sitzseite und ich brauche ungefähr 2 sonnige Tage, um den Akku komplett aufzuladen. Und davon habe ich 2 Kisten und die beiden funktionieren einwandfrei von Anfang an. Den habe ich mir von Banggood aus Tschechien liefern lassen. Ja und der Preis ist eigentlich auch ganz ok. Das Ding funktioniert top. Sonst gibt es noch den X-Mont. Das ist so eine günstige Version von Akku. Der ist noch kleiner. Das heißt der ist nur die Hälfte von dem mit ungefähr 220 Wh. Funktioniert ganz gut als Fertlipo mit 12 Volt und damit zum Beispiel über ein Ladegerät Akkus aufzuladen. Ganz gut. Die anderen USB Schnittstellen sind ziemlich alt. USB C läuft mit ganz wenig Watt. Ich glaube das war nur 20 Watt oder sowas. Finde ich nicht so toll. Man kann zum Glück hier dieses DC1, DC2 benutzen und hier drüber kann man zum Beispiel externe USB Ladegeräte anschließen. Die Ausgangsspannung hier von 220 Volt. Das ist leider kein Sinussignal, sondern ein rechteckiger Wechselsignal. Das funktioniert bei Licht ganz gut. Aber bei so elektronischen Geräten würde ich es lieber nicht einsetzen. Da können schon manche Geräte sich sogar dadurch überhitzen. Aber als Feldlipo finde ich den klasse. Den kann man super als Feldlipo einsetzen. Hier noch die technischen Daten. Hier ist auch Anschluss über Solar. Hier kann man mit Solar laden oder halt über ein Netzteil, welches dabei war. Wenn man das günstig bekommt, kann man sich vielleicht für 100€ holen. Sonst habe ich hier noch so ein E-Mars. Ist auch recht klein. 300 Watt, 22 Volt. Anschluss, der aber auch nur Rechtecksignal liefert, Nisodol. Der hat 275 Wattstunden. So ähnlich wie der X-Mont. Ein bisschen mehr. Funktioniert soweit ok, aber eigentlich auch nur als Feldlipo. Also ich nutze eigentlich nur hier den Zigarettenanzünder und hier diese DC-Out, um hier andere USB Geräte damit mit Sturm zu versorgen. Und sonst wird er auch hinten entweder über das Netzteil oder halt über Solar aufgeladen. Ich habe hier auch USB-C Anschluss, der auch recht veraltet ist. Quick Charge glaube ich mit 15 oder 20 Watt und der Standard 5 Volt USB USB Anschluss.